Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von King of the Kill. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben in der letzten Folge EPs bekommen und sind jetzt Level 6. Yay! Wir starten natürlich ein neues Solo-Match. Weiterhin ein Solo-Match. Wir haben noch keine Verstärkung bekommen. Das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Ich bin gespannt. Das letzte Mal sind wir 13. geworden. Ich habe euch ja gesagt, ich bin 5. geworden. Ich bin so traurig, dass ich es nicht aufgenommen habe. Aber es ging wirklich ewig. Ich glaube, ich habe da eine Stunde gespielt. Die letzte Folge ging 38 Minuten. Ich bin gespannt, was wir jetzt werden. Wenn ich halt nur, was weiß ich, nur ein 30. werde, ja weißt du, dann ist das halt so. Es gibt halt auch mal Momente. Da hast du einfach keine guten Karten. Das Match beginnt in 60 Sekunden. So, da fehlt noch ein vierter Blöder, der sich mit hinlegt. Okay, wir sind natürlich alle zusammen im Match. Auch, dass wir sterben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir gut landen, ob wir schnell in eine Safe Zone kommen, ob wir fix eine Waffe finden. Da landen welche. Ganz da hinten auch. Hier auch. Okay, wir machen... Okay, da landen zwei. Verdammt. Manchmal, das habe ich schon mitgekriegt, gibt es hier solche Zeltplätze. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Stern. So, na dann. Auf ein neues, auf das, der uns jetzt alles wegnimmt, der da vorne gelandet ist. Okay. Die werden natürlich eher eine Knarre haben als ich. Weißt du, da sind die gerade erst angekommen. Da haben die schon das erste Auto. Und ich frage mich auch, wo die solche Granatwerfer herkriegen. Wir haben schon die ersten Leichen zu beklagen. Okay, Stopp, Auto. Stopp, Auto. Stopp, Auto. Stopp, Auto. Die Safe Zone ist natürlich im Süden. Süden, Süden, da. Okay, alles wieder zurück. Wir hatten noch nicht mal eine Waffe. Ach, ja, 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 ja. Au. Verdammt. Sind die leer gemacht? Okay, wir müssen auf jeden Fall rennen. Wir haben kein Auto. Zick, zack. Zick, zack. Zick, zack. Ja, okay. Was für eine geile Runde, ey. Im Ernst jetzt, keine Knarre und einmal Versteckspielen um den Felsen. Okay, wisst ihr was? Wir machen gleich noch eine neue Folge ran. Oh mein Gott. Das war echt ein Scheißstart. Weit und breit nichts. So, noch ein neues Spiel. Jawohl. Wie behindert. Nein, jene Güte. Das war echt ein neues Spiel. Aber ich konnte mit ihm doch etwas vor Steck spielen in den Stellen. Eieieieieieieie. Okay, das Match beginnt in 5 Sekunden. Nimm mich jetzt. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall zu einem Ort, wo nicht zu viele sind. So, da hinten ist eine Stadt. Und hier ist auch was. So, Medizin, Rucksack, wenigstens eine Pistole. Halstuch. Okay, wir sind ganz im Noten. Wir warten jetzt einfach die 38 Sekunden ab. Oh, eine schöne Rauchgranate. Schade, dass man hier in die Autos nicht mehr einsteigen kann. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los. Wo? Bestimmt hier unten. Ganz unten beim Ruby Lake. Oh mein Gott. Nein! Ich möchte mich nicht verbinden. Direkt nach Osten. Ich möchte mich nicht verbinden. 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 Okay, T-Shirt, T-Solo, Munition, 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 Munition. Okay, wir müssen mal ganz kurz schauen, wo wir uns am besten hinflitzen. Das ist auf jeden Fall nach Osten. Stopp. Mal gucken. Stopp. Hä? Wo ist denn hier eine Stadt? Wo ist denn hier Osten? Da ist eine Stadt. Da will ich zwar nicht hin. Süden müsste ja hier unten irgendwo sein, ne? Das ist eine Stadt. Fraglich ist bloß, ob man in die Stadt kann. Ja, Peaches. Ich würde sagen, hier war schon jemand. Oh, Peachy, was ist denn? Okay, da ich da nicht hin will. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Okay. Oh, mein Gott. Gott, F, absteigen. Oh, mein Gott. Oh, Mann. So, ich bin ja gespannt, ob wir hier überhaupt sicher sind. Wir haben auf jeden Fall eine Shotgun. Das heißt, wenn wir den treffen... Okay, das Gas kommt. Schade, dass man nicht hier oben drauf kommt. Okay. 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 Totenstille Nichts passiert Okay, hier kam gerade was langgefahren Ein Auto Willst du mir erzählen, dass dieser komische Kosmos HD alle umbringt? Irgendwie glaube ich da nicht dran So, wir sind noch in der Safe Zone Oh Alter, auf was schießt er denn? Ach, ist das aufregend Toll So, noch 30 Spiele Ist allerdings jetzt auch nichts besonderes So, noch 30 Spiele Noch 29 Spiele Ich weiß, dass das nur Campen ist, was ich ja gerade mache Aber dennoch Ist es effektiv Okay, kommt dann Flugzeug Uh-oh Oh Oh mein Gott Würde in Wirklichkeit so gar nicht funktionieren, dass man einfach das Gas bis zu einem bestimmten Areal ausbreitet, es sei denn, man hätte dann angebrachte Gasneutralisatoren beispielsweise. So, Sam O.G. hat jetzt auch ins Gras gebissen. Wir werden gleich die nächste Save Zone sehen. Ich nehme an, in der bin ich dann nicht mehr. Doch. Aber in der nächsten muss ich dann gehen, muss ich dann nach Süden, muss ich da raus. Okay, ein Auto. Da schießt einer. Da warnst du noch 21. 20. Okay, als nächstes werde ich nach Westen gehen müssen. Noch 18. Okay, so, jetzt wird es spannend, Leute. Es sind noch 18 Mann auf so einem kleinen Feld. 17. 17. 18. 19. 19. 20. 20. 20. Oh mein Gott. Okay, das klingt wieder Quad. Okay, ich bin noch drin. Ich bleib hier auch drin. Und Panaka hat schon wieder jemanden umgebracht. Fünfzehn. Okay. Vierzehn. Okay, leider noch eine Minute, siebenfahrzig, vierundfahrzig. Und Panaka wurde jetzt umgebracht. Zwölf. 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 Ich hoffe, der schmeißt jetzt keine Bomben. Ich hab jetzt mal geguckt, ich nehm doch auch auf, oder? Alter, wenn dich... 3, 2, 1, 0. Okay, see? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh my god Los, 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 los Oh my god 10, 9, 7, 5, 4, 1 Fuck Ach verdammt Wir hätten eher rennen sollen Schade, ich bin 8er geworden Fuck ey, wo hätte denn diese scheiß Zone aufgehört? Ach man kann nicht mehr gucken Ja, schade ne, würde ich sagen Vielen, vielen Dank dennoch fürs Zuschauen Und dass du mit dabei warst Das Gift hat uns jetzt gerade eingeholt Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank Und tschüssi Eure Namaya